Popcorn gehört zu jedem guten Kinobesuch oder gemütlichen Filmabend. Es ist eine Maisorte mit kleinen festen Ähren. Die Körner platzen beim Erhitzen auf und die darin enthaltene Maisstärke verwandelt sich in eine knusprige Masse. Um Popcorn herzustellen, füllen sie so viel Pflanzenöl in einen Topf, bis der Boden gleichmäßig bedeckt ist. Für eine gute Portion Popcorn geben sie etwa 50 Gramm Maiskörner in einen Topf. Schütteln sie ihn, damit die Körner nicht übereinander liegen. Dann verschließen sie ihn mit einem Deckel und erhitzen das Ganze. Warten sie, bis die Maiskörner anfangen aufzuplatzen. Wenn die Knallgeräusche nachlassen, ist das Popcorn fertig. Jetzt können sie das fertige Popcorn in eine Schüssel füllen und nach Belieben mit Zucker oder Salz bestreuen. Mit dem praktischen Klebestreifen auf der Rückseite der Verpackung können sie den Popcorn Mais wieder verschließen und gut aufbewahren.